Zurück nach Verletzung, letzten zwei Spiele verletzt gefehlt, Yannick Blaser, nächste Umschaltmöglichkeit, der Drop Pass war die Idee da, von Sentalal, es gibt trotzdem das Tor, Simeon in der fünften Minute, und das war ein Geschenk. Der Drop Pass vorher von Sentalal hat nicht funktioniert, und trotzdem bleibt die Situation heiß, wir schauen nochmal drauf, hier ist Sentalal mit Tempo, macht er erst gut, der Drop Pass, so lala, und dann Punenovs, ja, bekommt er mehr oder weniger den Assist, Ewas Punenov direkt für Simeon, und dann das 1-0 für die Gastgeber. Geißer wieder unter Druck gesetzt, diesmal behauptet er sich, Tobias Geißer, der 21-Jährige, Leihgabe von den Hershey Bears, also von den Washington Capitals, auch da wieder der Drop Pass für Kovarsch, das ist klasse gespielt, 2-0. Erik Torell mit Saisontour Nummer 1, aber da geht viel aufs Konto von Kovarsch, macht er das wieder stark, 19. Minute, 2-0, Eva Zug, und für Erik Torell tatsächlich Saisontour Nummer 1, zuletzt im Februar getroffen, also in der letzten Saison, und hier Kovarsch, wunderbar, dann war es nicht mehr so schwer. Für Torell, Herr Kovarsch, nach dem Drop Pass, zieht er da zwei Verteidiger auf sich, und Torell hat den Platz dann im Slot, das ist, ja, dann einfach auch richtig gut gespielt. Dias mit Simeon, den Fußballpass, und dann gibt es die Abschlussmöglichkeit, und das Tor von Hofmann, aber was war das für ein starker Assist von Simeon? Dias mit dem ersten Assist, und Simeon mit dem überragenden zweiten Assist. 24. Minute, jetzt freuen auf die Zeitlupe, Gregory Hofmann. Schiedsrichter beraten sich nochmal, hier der Kick, alles gut, und dann sehe ich da eigentlich nichts, was das Tor nicht zählen lassen würde. Und als Entscheidung war auch Tor, abseits war es jetzt auch kein, der Pass von Simeon war super. Haben, was ihm die Zuger nicht geben wollen, und Friburg scheint da den Dreier als Vertrag zu bekommen, auch wenn Tübe noch nicht viel dazu sagt, und der nächste Streich, Klingberg, 4-0. 29. Minute. Uh, jetzt wird es eine deutliche Angelegenheit. Auch das geht zu einfach. Hier Klingberg, nö, keine Anspielstation, da nehme ich selber eben Tempo auf, der Schuss ist trocken, aus seiner Sicht links in die Ecke. Dann sehe ich es nochmal besser, da ist auch zu viel Platz, und der ist ansatzlos. Top-Shelf links oben, Saisontor Nummer 3 für den Schweden. Nochmal, die Langnauer in den letzten drei verziehen immer ein Powerplay-Tour. Vielleicht gelingt das heute ja auch, es gelingt. Gut gespielt, das ist wie der Petrini. Also der macht richtig Spaß. Dritte Saisontor zum dritten Mal im Powerplay. Das ist ja unglaublich. Was haben sie dem denn gegeben? Wahnsinn. Klasse herausgespielt. Und der war gar nicht so leicht. Der Pass flippt noch. Aber das ist dem völlig Latte. Boah, perfekter Abschluss. Die Tigers phasenweise richtig gut dagegen gehalten. Oh, starkes Tor nochmal zum Abschluss von Simeon. Macht den Doppelpack. Also auch der, der zaubert durch diese Saison. 20,9 Sekunden vor dem Ende. 60. Minute, dann das 5 zu 1. Das ist dann jetzt fürs Spiel nicht mehr entscheidend, aber wunderbar gemacht. Wie er sich da durchzaubert, wie sie auch wieder zusammenspielen. Ach, Bunenovs dann geschlagen. Wunderbar vorher von Hofmann, der da nur wartet, bis Simeon reinskated. Und der macht das dann à la Bonheur. 5-1, Deckel drauf. 2-1, Deckel drauf.